servus liebe ball of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute geht es um ein neues gameplay element welches mit dragonflight einzug halten wird und zwar sind es empowered abilities also letzten endes auf deutsch verstärkte fähigkeiten die ein bisschen anders funktionieren als wir das normalerweise kennen und zwar ermöglicht es die neue rufer der dragtier klasse wenn ihr einen knopf für eine gewisse fähigkeit länger gedrückt haltet wird diese stärker je länger ihr den knopf drückt das wurde anhand des trailers den habe ich jetzt noch mal raus gesucht anhand dieser fähigkeit die jetzt kommt gezeigt es gibt mir ein stück vor und da war es letzten endes sieht es so aus dass hier gecastet wird und das ganze hatten wir dann auch noch mal hier mit der grün magie ihr seht der dragtier hält so ein bisschen seinen atem an oder es sieht so aus als würde er einholen wie eine cast zeit quasi und dann ja ja und dann knallt er seinen atem raus also das wurde auch noch mal explizit in einem text von blizzard erwähnt wir haben das dann beispielsweise auch hier noch mal als screenshot das ist der dream breath also der traumatem wir sehen es ist nach vorne gerichtet wie so ein cone kegel und hat hier so ein aufladebalken das ganze sehen wir hat eins zwei drei teile und höchstwahrscheinlich je nachdem in welchem teil man dann seine taste durchlässt ist der angriff unterschiedlich stark da das ja hier diese heiler spezialisierung ist gehe ich mal stark davon aus dass es hier eben mehr heilt je länger man diesen knopf gedrückt hält möglich wäre auch beispielsweise eine größere reichweite je länger man drückt das sind alles möglichkeiten die man da mit spielen kann hier steht auch dragtier evokers can empower der draconic abilities through magic also sie können durch magie ihre drakonischen fähigkeiten verstärken charge up your attacks and unleash them at the right moment to maximize their effects also ladet eure fähigkeiten auf und entfesselt sie zum richtigen moment um ihre effekte zu maximieren was ich mich jetzt frage oder interessant finden würde wenn blizzard dieses system wie das auch hier schon angedeutet wurde für andere klassen übernimmt also es muss ja nicht so sein dass jede klasse zukünftig sieben sieben knöpfchen hat die du lange gedrückt halten kannst oder auch nicht aber pro klasse vielleicht ein so eine fähigkeit oder zwei die das ganze so ein bisschen ja mit skalieren je lange wir gedrückt halten finde ich an und für sich ziemlich interessant und ich denke da gibt es dann auch pro klasse verschiedene möglichkeiten wie man das gestalten könnte wenn ich jetzt zum beispiel mal schaue beim druiden bei der eule also nicht so sachen wie die dots das macht überhaupt keinen sinn der sternzug als spontan zauber auch nicht zorn sternfeuer das sind die normalen filler fähigkeiten da würde sowas jetzt auch relativ wenig sinn machen aber beispielsweise könnte man vielleicht auf diese art und weise sternregen so ein bisschen verändern aktuell ist es ja so ich drücke das ding und lässt fallende sterne auf gegner in der nähe herab regnen für x sekunden hängt halt davon ab ob ich hier das talent stellar verschiebung mitgewirkt habe wenn ja macht es mehr schaden hat aber eine abklingzeit von zwölf sekunden etc pp was ich mir zum beispiel vorstellen könnte das könnte man ja dann auch über ein talent machen dass man entweder sagt man hat diesen normalen sternregen also den man klickt und der char macht den automatisch oder ich habe halten sternregen wo ich den button länger gedrückt halten kann und je länger ich ihn gedrückt halte desto mehr schaden macht diese fähigkeit das würde natürlich dann bedeuten dass ich planen muss wann kann ich das ding gedrückt halten ja wenn ich das talent jetzt als beispiel mitnehmen würde kann ich nicht mehr einfach so spontan meinen sternregen drücken ich muss dann also stehen bleiben und das möglichst lange gedrückt halten das bedeutet aber natürlich auch wenn ich loslasse bricht der cast ab das potenzial also ist das sternregen in der theorie wäre würde das so gemacht werden mehr schaden verursachen kann allerdings nur wenn ich das entsprechende talent richtig spiele wenn ich das mit wähle und die tasse gedrückt halte und dann sofort eine sekunde danach laufen muss und es bricht ab und das passiert mir jedes mal dann habe ich da absolut keinen wert rausgezogen wenn ich aber das in dungeons so timen kann bei richtig dicken puls dass ich stehen bleiben kann als druide und da richtig damage raus scheppern könnte fände ich das konzept ehrlich gesagt ziemlich interessant ich glaube das würde eine fähig einige fähigkeiten ähm ein bisschen interessanter gestalten natürlich sollte es da dann auch ein maximum geben bis wann man das wirken kann oder wie lang man das halten kann nicht dass es dann quasi unendlich viel damage macht aber eine fähigkeit wo ich mir das zum beispiel auch vorstellen könnte wäre beim heil druiden die gelassenheit das wäre so was ähm weiß nicht je länger ich drücke desto mehr heilt sie am ende oder beim dämonenjäger sowas wie der eye beam das ist ja jetzt schon eine fähigkeit die länger gechannelt wird ähm also ich glaube es gibt bei einigen chars möglichkeiten wie man das einbinden kann beim krieger fällt mir spontan ein weil es nicht der klingenwirbel je länger ich gedrückt halte desto länger wirbel ich durch die gegend und desto mehr schaden mache ich das kommt dann aber vielleicht mit negativen effekt dass ich je mehr schaden ich mache je länger ich wirbel weiß nicht nenne es äh taumel anfälligkeit oder so dass ich dann auch immer mehr schaden kriege irgendwie sowas ich glaube das konzept ermöglicht eine reihe von spannenden möglichkeiten die wenn man sie ausschöpft das spiel echt um ein paar facetten erweitern könnte also ich mag das kampfsystem von world of warcraft so wie es ist aber ich glaube wenn man da das für andere klassen noch übernimmt könnte es ein paar äh interessante optionen geben schreibt mir eure meinung zu dem thema sehr gerne in die kommentare ich bin gespannt was ihr dazu denkt oder nennt mal ein paar fähigkeiten die euch noch so einfallen könnten wo das auch passen würde damit dank fürs zusehen wenn euch das video gefallen hat dann lasst ihr gerne ein like und ein abo da damit unterstützt ihr mich enorm bis dahin lasst es euch gut gehen reingehauen mal im Untertitelung des ZDF, 2020